oha unaufgefordert ein dick pic an irgendwen zu schicken ist strafrechtlich relevant aus dem einfachen grund weil wenn du jemanden also nicht gebeten hast die einem die einen dick pic zukommen zu lassen dann kannst du dafür ins gefängnis kommt ach so das müsste man da all den du sagen die auf labu tinder und co unterwegs sind und alles an die mädels ablassen und da hinten ballern schon welche da in einer easy hindern guck guckst du gerade die puls reportage abend da ging es auch um sexuelle belastigen ja genau die gucke ich gerade haben die da nicht gesagt geldstrafe wissen nicht genau aber ich meine das war was mein gefängnis das war bei minderjährigen normal kriegst du eine geldstrafe als trotzdem schon heftig weiß krank die die hat was war das noch mal der klein anzeigen also voll viele anfragen sie bekommen so hier kommen wir treffen uns für sex ich bezahle ich dann ach so das ist doch normal gibt dich als 17 gibt dich als 17 jährige was weiß ich natalie aus der ukraine aus und sagt du möchtest kinder babysitterin oder sowas werden ja es ist doch wurscht aber es ist ja wurscht aber wie gesagt irgendwie was wo die halt dran anbeißen und dann kommen so eine nachrichten ach du kacke ich habe vergessen ich habe bloß zwei lebensbalken naja mir ist egal ihr müsst entscheiden warum ihr überlegt doch mal selber wenn du nach zwei schuss tot ist nicht mal zwei wer sie ist denn also bist du für uns gerade nur eine halbe kraft eine halbe portion ein klotz am bein lass uns da den hinweis mitnehmen hätte nach spektolen das ist doch kacke man da hinten gotthop docks oder was ist da naja aber da ist ja eigentlich schon schwarz ja aber bei denen noch nicht was bei denen noch nicht ja wenn die da gespawnt sind und jetzt gerade einen fight haben fischen wir uns einfach ein würde ich sagen aber das ist doch trotzdem schwarz oder für die oh die stehen schon da vorne markieren ich habe ein glaube ich auch erledigt der eine hat den hat zerrissen oh fuck der interessiert bei mir ja können wir dich mal fuck der hat eine bohren heim und ich frage ey warum bricht der nicht das nachladen eine ist drinnen ne da ist er tot sind noch alle tot oder den einen habe ich da unten erschossen alter aber was macht ihr nein scheiße jetzt ist das viehzeug immer an mir her hier ist kifft so warte aber schön den einen voll mit links abgeschossen ja das habe ich gesehen wie es ihn zerrissen hat aber voll blöd warum hat er denn dieses nachladen nicht abgebrochen dann hätte ich den noch mal einschlagen so mich hat was geblendet vielleicht hat man die noch gebraucht die wollen eh raus und ich bin eh gleich tot also hey dann verbrauche ich die da lieber und gut ist mein counter warte mal ich muss mal zu dem hier unten gucken hä wo warten ach ne das war hier drüben oder hä warte hier liegt er genau soll ich gerade raushauen Matze du wirst alt ne 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 ich bin es schon aber ich kriege es noch relativ gut mit na gut da habe ich jetzt zwei erledigt haha er ist zurück jungs ja stimmt da können wir jetzt zum boss klatschen gehen ja da mit einem lebensbalken ach so stimmt dich hat es ja zweimal zerrissen man dann raus dann frische ich meinen lebensbalken auch wieder auf einmal habe ich mich selbst gekillt alter so richtig behindert hm 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 oh pimextraction nice schnellste Runde die wir hatten Schrimpen ist ganz, äh, Schrimpen. Schrimpen. Schrimpen, wenn ich mal so ein Schrimp. Ja, genau. Aber auch geil. So. Lässt sich umknallen. Steht dann wieder auf. Und holt sich von den, äh, Punkten, die man hat, kleine Lebensbalken. Unnötigste Art und Weise, wie man, äh, Punkte verschwendet. Also, Matze, kauf dir jetzt deinen, deinen Balken wieder dazu. Ich hab zwei kleine. Äh, okay. So. 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 So.